Normalerweise würde ich Sie mit sowas nicht belästigen, aber es könnte ein ernsthaftes Problem werden. Müssen wir eine Raumbasis anfliegen? Wir wissen mehr, wenn Mr. Barkley die Energiesysteme überprüft hat. Mr. Barkley wies als erst auf einen möglichen Zusammenhang zwischen den beiden Vorfällen hin. Was? Nein, so war es nicht. Ich meine nicht ganz so. Wird Ihre Untersuchung die Energieversorgung beeinträchtigen, die wir für unsere Mission brauchen? Nein, nein, Sir. Wir werden natürlich einige Systeme abschalten müssen. Aber immer nur eins nach dem anderen und das dürfte nichts beeinträchtigen. Gut. Ich warte auf Ihren Bericht, Mr. Barkley. Barkley. Entschuldigen Sie mich jetzt bitte. Ja, die Metathesis ist die häufigste Ursache für Aussprachefehler. Eine kleine Verwechslung von Vokalen und Konsonanten und schon wird aus Barkley... ... ... ... ... ... ...